hallo und willkommen zu einer neuen folge let's play might crack the crack pack und ja wir sind gerade gestorben scheiß zombie wir hatten eigentlich volle health eigentlich aber der hat uns einfach so to hit weg genockt dieses kleine stück kacke du kommst da hin und hier hin so das war nett von dem kleinen mann hier und ich bin gerade hier am etwas ausprobieren ja was ich mir noch gemacht habe ist das hier eine wireless access zu meinem storage system damit wir hier mal im umkreis ein bisschen was machen können wir craften uns erst mal das hier und noch eine mark so und theoretisch müsste es eigentlich reichen ich habe hier den filler so rein theoretisch theoretisch teo praktisch sollte dieser filler vier stück ja wenn ich dem items gibt und dem sagt box mir die außenrahmen mit cobblestone füllen die frage ist wie power ich den jetzt richtig eigentlich könnten wir ja hier mal kurz die redstone wegnehmen hier eine power mitnehmen und dem mal hier geschwinkt anschließen genau der zombie war das dieses miese kleine stück scheiße und dann habe ich noch was gebaut ich bin hier nur am bauen zur zeit das abartig ich habe sehr viel offscreen gebaut denn wenn es hier so ist wie ich das denke kann ich mir rein theoretisch diesen bereich hier komplett komplett machen lassen von dem netten filler wo ich eine hier ja eine ne eine hier passt es von der höhe natürlich nicht genau da müssen wir das hier eins hoch setzen so dass das also ground level ist genau das habe ich mir fast gedacht dass das passiert so kommt schön danke also nichts muss ja hier rein es soll kurz gucken das verbindet sich war eins zu niedrig so damit und dann hier noch eine ich bin gerade auch brauchen weil ich bin gerade am überlegen bin ich jetzt ich muss es noch eins zurücksetzen okay kommt immer mit muss ich dann so hinsetzen also wir müssen hier hin und dann hier theoretisch oder noch eins zurück so das ist sehr schön dann können wir hier auch den filler hinsetzen das doofe ist ich komme da gerade nicht zum regenerieren so schön mal hier hoch da ist ein slime ich hasse es wenn die außen spawn so weg mit euch so jetzt schreibt man mal kurz den ja da muss ich noch ein bisschen rumprobieren auch wir haben wieder weitere zwei charms of keeping sehr schön dann sammeln wir uns mal geschwind die hier ein so das wird er dann nachher weg machen dichten wir das hier mal ab kurz komm her wo kommt der denn her so da dürfte nicht mehr lang kommen enderman wo bist du nicht mehr da ok so dann machen wir das erst mal auf clear setzen hier den energy conduit so und jetzt clean da und das gelände hier theoretisch ja machte auch sehr schön ja machte auch sehr schön hoffentlich reicht die power ansonsten müssen wir uns hier eine tourbine ausleihen einmal und wir haben ja dann kann ich kann ich hier welcher welcher spawner wird denn gerade betrieben mace slime gast okay der gast wird nicht betrieben weil das ja nicht funktioniert nehmen wir dich nee komm geh runter danke und dann gehen wir geschwind gut das kann ja da runter fallen das ist mir egal weil wir da müssen noch eh hin und hier das so anschließen so wo ist es hingefallen da da ist auch noch wasser stelle mal gleich mal ab sehr schön und dann stelle mal den hier drauf geben ihm das au gehen nochmal hier hoch füllen die mob essenz hier auf bis das halbe system leer ist ob das ist schon leer okay dann müssen wir mal auf 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 so dann müsste der eigentlich eigentlich jo müsste eigentlich bald anfangen mit slimes zu spawnen und den nehme ich mir mal auch mit genau teleporter open blocks koppel ja das sind so sachen die nicht auffallen immer direkt und das stellen wir uns mal oben drauf weil den raum will ich dann hier auch noch schön machen so ist er fertig jo ist er so dann stellen wir da drauf export ne shit input nehm euch weg das war jetzt ein denkfehler weil da kann er ja nur reingehen dicht drauf so und so weil dann wird der hier geladen und dann machen wir machen wir es wird jetzt interessant ich brauche nochmal den elevator so ok mob essenz wird aufgefüllt ok eigentlich müssten wir uns jetzt eine redstone furnanze machen ich glaube die craften wir uns jetzt nochmal schnell so für zwischendurch was fehlt uns das hier das hier das hier redstone furnanze dann brauchen wir der war doch hier oder hier oder hier den ignition extruder extruder nachdem wie das ding heißt ich glaube die plates haben wir hier einmal zweimal und haben einen alten duckt sehr schön aber aber natürlich keine äh so ah so ne redstone furnanze ne den müssten wir hier hin ja das war mir klar ja das war mir klar ok äh lava haben wir nicht okay einmal wasser und einmal lava und einmal lava müssen wir mal hier runter zum lava und wasser ist hier glaube ich auch also lava auf jeden fall das war hier eigentlich wir brauchen nur lava wasser habe ich ja äh hier was doch genau so ist block mal kurz weg stecken ja das wird jetzt eine bisserl äh schnellere folge hey schneller im wahrsten Sinne des Wortes weil ich grad keine folge mehr auf au halde habe ist das immer ein bisschen doof und und dich äh rot orange kommt hier ne das brauchen wir nicht äh da 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 redstone fernand rot und orange rothorange äh item dukt zup stellen wir um und dann brauchen wir noch Bloodstone damit der brennt und hier sagen wir Box, genau und der müsste dann theoretisch irgendwo hier anfangen, genau hier macht er das auch das alles mit Cobblestone auszulegen äh mit Cleanstones das dauert jetzt halt ein bisschen weil wir geht das wenn wir das da drin haben noch schneller gut das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern jetzt muss ich gerade damit überlegen ne 15 Minuten, sehr schön und ich würde mal sagen genau hier kommt das hin ungefähr so dann haben wir das hier geschafft können dann hier weitermachen jetzt muss ich mal ganz kurz wunderbar ah super hier zeigt er mir ah doch, ne hab ich ja weggeräumt ich dödel äh ja das war jetzt mal so das war jetzt mal so das was ich vor hatte oder spontan vor hatte im Schnelldurchgang so dann können wir nämlich hier schauen geladen wird geladen und hier kommen dann immer wieder Items rein denn ich hab mir im Twilight Forest eine Query gebaut oder wieder eine Query umgesetzt mir zwei Ender Chests also diese hier ähm die Ender Storage Chests gemacht und die an meinen Pulverizer und die Redstone Fernance angeschlossen dass hier auf jeden Fall die ganzen Ores die ich hier äh aus der Query in einer anderen Dimension bekommen ohne Probleme weggeschafft werden das hat einen Vorteil die Query kann auf jeden Fall nicht volllaufen eigentlich ähm oh wir haben nur noch 6 ok dann müssen wir bald mal Nachschub machen ja ich hab mir hier eine weitere Storage Unit gemacht und zwar eine zweite 16k wie man hier sieht äh dass die auch ein bisschen mehr Power bekommt gut ich kann jetzt nicht in den Twilight wechseln sonst hätte ich euch das gezeigt aber ich hab mir hier noch einen Harvester gebaut ähm der für mich das alles hier absät da hab ich das jetzt einfach mal so gemacht ähm dass er einfach alles holt ich hab mir hier für mein Karottenfeld eigentlich noch einen Planter gebaut den ich ähm aber aktuell ja äh nicht laufen lasse weil ich doch noch ab und zu ein paar Sachen brauche so zum Essen ich hab mir dann überlegt unten hier also das was ich jetzt dann gerade hier machen lasse die Kiste beziehungsweise den Raum dass ich mir den hier wirklich äh entsprechend gut er geladen oder geleert geladen äh geleert dann ausbaue beziehungsweise dann umgestalte vielleicht werde ich mir dann hier auch noch ein paar ähm Farben rein machen muss man mal gucken vielleicht irgendwelche Gefiecherfarm ich weiß noch nicht genau wie ich das machen werde oh wir brauchen noch Blaze Rods eh Blaze Powder äh jetzt kann man schon danke halber Stack reicht äh rein sonst geht uns hier die Energiezufuhr aus so sehr schön den Hover Mode könnte ich eigentlich aktivieren dann kriege ich keinen Dropschaden ja das hier unten dauert jetzt halt dadurch dass ich mir halt das Zeug hier produzieren lass ich muss mal gucken Ignushes Extruder äh oder wie heißt der Ignushes Ignio Extruder ist ja eigentlich auch nicht teuer dass man da einen zweiten baut oder ich könnte ja auf Kobbel umsteigen aber Kobbel sieht halt nicht so schön aus es wäre halt schneller gemacht ne wir machen es mit Cleanstone äh weil dann haben wir hier ach schon mal einen schöneren Raum ich weiß nicht mit was es schneller gehen würde oder mit was langsamer das weiß ich nicht muss ich im Zweifelsfall mal ausprobieren hätte ich genug Items äh ja 30 Stone hätte ich hier mit meinem Hammer würde es vielleicht auch schneller gehen mir den Stone zu organisieren aber ja weil auf den Hammer habe ich mir noch Silk Touch drauf gepackt ähm ja weil ich es kann eigentlich Ah und was ich noch gucken wollte genau äh wenn ich gerade dabei bin in die Hand und zwei Servomotoren und ein was war das äh hier Control Circuits Control Circuits hier oh ja Hammer sehr schön und Servo äh fehlt uns das hier 1,2,3,4,5 ja 4 müsste erstmal reichen hiervon fehlt uns das 1,2,3,4 oh das reicht gerade aus äh ah nee die liegen ah jetzt haben wir dafür keinen Platz mehr und so sehr schön weil dann können wir uns in die Hand den Wrench rein machen den haben wir dann hier können wir uns die ganzen Sachen mit der Hand weg machen habe ich das hier gerade irgendwo zum zeigen ja hier zup und schon ist alles abgebaut das ist sehr schön ja du kommst da rein dich brauche ich wieder hier äh redstone und so das dann alles was er hat äh wieder rausspucken kann genau können wir uns mal hier ein halbes Deck nehmen Tür auf und brennt hier was nein so gut hier kommt auch nichts frisches rein oder nicht großartig frisch aber dafür haben wir dann das ganze Metall wieder die ganzen ja äh Sachen hoffentlich gehen die ja geht alles rein sehr schön du kommst auch weg dich machen wir auch mal weg dich auch das Charm of Keeping 3 möchte ich behalten weil äh so mit dem können äh wenn wir sterben gut ist ja eigentlich egal braucht man ja eigentlich nicht weil wir haben ja eh die Tombstones so naja kleiner Mann kack Skelett stirb ja dann ist das mal das soweit äh was ich so hier vor hab da und dann wären wir genau bei einer halben Stunde angekommen ja dann würde ich sagen auch wenn wir noch nicht wirklich viel gemacht haben in der Folge oder in der Folge naja doch eigentlich schon äh würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Bye Bye Mindcrack the Crack Pack Tschüssi Tschüssi